hey ho meine freunde hier ist euer m3d und ich freue mich sehr dass ihr eingeschaltet habt und es tut mir auch sehr sehr leid dass das video erst jetzt rauskommt das problem ist halt dass ich frisch operiert wurde und ich war halt eine längere zeit im krankenhaus und ja jetzt kam ich gerade raus gleich die kamera gepackt und gleich ab geht's damit ihr nicht zu sehr enttäuscht zeit ich meine ich bin 22 tage oder so im verzug das ist ein bisschen zu extrem und es tut mir herzenschleid und wir legen auch gleich los und ich wünsche jedem sehr sehr viel glück hier könnt ihr erstmal die große menge der anzahl sehen die teilgenommen haben also echt unglaublich wie viele mitgemacht haben und ich bin echt schwer überrascht vor allem zum ersten mal sensation nehmen auch ich dran teil ich habe extra kleinen zettel genommen damit es nicht zu auffällig wird ist ja klar weil ich habe noch nie was gewonnen meine freunde okay vielleicht auch daran dass ich noch nie irgendwo teilgenommen habe aber egal ich glaube heute ist es soweit ich spüre es richtig heute werde ich mal gewinnen ich hoffe da so sehr dran freunde drückt mir die daumen ich bin so nervös wundert euch nicht meine freunde weil normalerweise zeige ich ja wie jedes einzelne von diesen dingern zusammengefaltet wird und auch direkt in die glasschale kommt aber das ließ sich bei der masse einfach nicht umsetzen ich glaube das würde den rahmen dieses videos total sprengen und meine reise zu einer assistente fängt auch schon direkt an mal die dinge da rein zu tun wunderbar ich bin sehr gespannt wer gewinnt ich hoffe ich bin es ja aber naja bei meinem glück kann das ja nichts werden und für alle die jetzt ein bisschen ungeduldig sind und sagen auch ja was soll ich jetzt die ganze zeit machen die ist ja so langsam und nehmt euch einfach ein abc das sind übrigens meine lieblings süßigkeiten wenn man das süßigkeiten nennen kann okay bei der zuckeranzahl doch das sind süßigkeiten aber die liebe ich am meisten meine freunde und deswegen nehmt euch was davon und genießt die show jetzt wird die schale auch schon in die mitte gestellt sodass ich die kameraperspektive mal ein bisschen anpassen kann und ich muss ganz ehrlich sagen ich schäme mich gerade extremst für meine kameraperspektiven wie ich die kamera halte das ist ja brutal würde ich sagen weil ich so rumzappel aber was soll man machen oder bin ich also man kann mich ja gar nicht sehen weil das ist ja alles das läuft ja alles fair ab ist ja klar jetzt wird hier dicker fetter trommelwirbel wartet ich bin nervös ich bin entspannt ich bin nein ich bin nicht entspannt ich bin aufgeregt wer wird wohl als allererstes gezogen und da probiert so ein komplizierter name kommt schon hol irgendwas raus ja was wird sein achtung wer ist es ich sehe es nicht arcy deon halter macht doch mal normale namen freunde bitte ich hoffe ich habe jetzt richtig ausgesprochen zu 128,7 prozent war ja falsch aber macht ja nichts er steht da er weiß dass er gemeint ist und darauf kommt es an und jetzt kommt ich sehe es nicht zocker crafter lp herzlichen glückwunsch das gilt übrigens auch für arcy deon arcy deon bestimmt eine französse sehr elegant und sehr nice ich bin gespannter wer kommt jetzt es kommt eine ganz nette name david scoban herzlichen glückwunsch meine liebe ach wunderbar meine freunde schon drei gewinner und schon immer noch nicht gezogen ich habe auch was gewonnen das war unglaublich unwahrscheinlich und mein name wird einfach weggepackt natürlich packt mein name weg ist ja uninteressant jetzt kommt der vierte die vierte das vierte jetzt kommt die vierte person meine freunde wer wird es wohl sein wer wird es sein und es ist hero ann herzlichen glückwunsch freut mich sehr ist sehr kommentarreich vertreten auf jeden fall und ich bin echt gespannt die fünfte und letzte person wer wird das wohl sein ich bin gespannt und und klotzlord lp herzlichen glückwunsch da haben wir doch schon die fünf gewinner ich bin sehr überrascht also es freut mich sehr es ist sehr gut gelaufen und natürlich werde ich noch mal alle zeigen in nah perspektive damit ihr auch stolz euren namen betrachten könnt ist ja klar und freunde vergesst nicht mich bei steam zu adden den namen werde ich jetzt hier gerade einblenden genau jetzt perfekt und so soll das sein ihr braucht mich nur bei steam zu adden und wenn ihr das spiel von mir bekommen habt einfach in die kommentare schreiben zum beispiel danke du penner dass ich es bekommen habe oder danke freut mich oder hörst du ein tolles spiel oder das ist scheiß spiel egal habt ihr schreibt irgendwas rein und ich wünsche jedem viel spaß damit meine freunde bis zum nächsten gewinnspiel euer m3d tschüss